Musik Herzlich willkommen wieder bei der Anwaltskanzlerin Andreas Mauritz-Rechtsan. Heute wieder mit einem Update zu Corona. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, weil, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, die meisten Fragen sind beantwortet. Wir haben deswegen Fragen wieder gesammelt. Und deswegen ist Zeit verstrichen aber auch. Es gibt durchaus zwei Entscheidungen, zwei Entwicklungen, die letztendlich wichtig sind. Auf die wollen wir auch eingehen. Das Erste, auf was ich eingehen will, ist auf Sie, lieber Herr Seidel. Ich kann es nur auch nicht ändern. Waltraud, ich nenne die Dame weiterhin so, weil sie sich ja selber so nennt, die hat sich gemeldet. Ich kann Ihnen beim Graben meiner toten Mutter schwören, weder mein Regisseur noch ich sind Waltraud. Und von daher, wenn Sie denken, das ist ein Fake, dann kann ich es einfach nicht ändern. Aber vielleicht bewegen wir uns ja alle schon in der Meta-Ebene. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn es Ihnen einfach nicht gefällt, ja, dann steigen Sie aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Waltraud hat jetzt auf einige Fragen geantwortet. Und Waltraud, ich nenne Sie einfach auch weiterhin so, vielen Dank. Und vielleicht könnten Sie dem Herrn Seidel ein echtes Lebenszeichen geben, dass er endlich glaubt, dass es Sie tatsächlich gibt. Jetzt aber zur Sache selber. Wir fangen einfach an mit den Urteilen. Es gibt eine nagelneue Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes, 1.06.2022, Aktenzeichen 5AZR 28-22. Ich weiß schon immer, in welcher Folge es war, hatte ich ja darüber berichtet, dass das LAG München entschieden hatte, dass der Arbeitgeber Schnelltests anordnen kann. Und wer die Schnelltests nicht machen möchte, dass der Arbeitgeber dann sagen kann, dann beschäftige ich dich nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat darauf reagiert. Es war eine Revision gegen die Entscheidung des LAG München. Und das Bundesarbeitsgericht hat ausdrücklich auch gesagt, Arbeitgeber können berechtigt sein, auf Grundlage eines betrieblichen Schutz- und Hygienekonzepts Corona-Test anzuordnen. Das hat das Bundesarbeitsgericht heute im Fall einer Flötistin der Bayerischen Staatsober. Und das BAG führt sinngemäß aus. Es ist Sache des Arbeitgebers, letztendlich, ob er so ein Schutz- und Hygienekonzept hat. Er ist verpflichtet, im Rahmen der Fürsorgepflicht dafür zu sorgen, dass eben kein Arbeitnehmer besonderen Gefährdungen ausgesetzt ist. Und wenn er so ein Hygienekonzept und Schutzkonzept erstellt, wonach die Testerei eine Rolle spielt, dann, und er das regelmäßig auch umsetzt für alle, also nicht willkürlich jemand herauspickt sozusagen, sondern es für alle gilt, dann sei das zulässig. Und das BAG sagt auch, diese Tests seien minimaler Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, seien vom Direktionsrecht gedeckt. Und wer eben sagt, nee, das will ich nicht machen, dem kann der Arbeitgeber den Zutritt verweigern, mit der Konsequenz, dass der Arbeitnehmer auch keine Vergütung erhält. So, dann haben wir ein weiteres Urteil, das auch zu § 20a Infektionsschutzgesetz ergangen ist, nämlich das Verwaltungsgericht Hannover hat mit Beschluss vom 11.05.2022 Aktenzeichen 15b1609-22 eine Entscheidung getroffen, allerdings nur im vorläufigen Rechtsschutz. Also im Internet kussiert schon alles rechtswidrig und so weiter, das ist mitnichten so. Man muss es immer sagen, das ist eine Entscheidung im vorläufigen Rechtsschutz. Was war geschehen? Niedersachsen, also hier, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar die Landeshauptstadt Hannover hatte eine Mitarbeiterin aus einer Gesundheitseinrichtung unter Zwangsgeldandrohung aufgefordert, den Impfnachweis oder genesenen Nachweis oder irgendeinen Nachweis halt entsprechend vorzulegen. Die Mitarbeiterin, die davon betroffen war, die hat dann dagegen sofort Klage erhoben und hat einen Antrag gestellt auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage mit dem Argument, es gebe ja keine Impfpflicht und wenn es keine Impfpflicht gibt, dann könne es auch keine Vorlagepflicht von irgendetwas geben, dass man mit Zwangsgeld durchsetzt, weil sie könne ja nichts vorlegen und dann würde man ihr ja immer ein Zwangsgeld aufdrücken und das Verwaltungsgericht Hannover hat eben ausdrücklich gesagt, ja, das ist so und wörtliches Zitat, nach alledem erweist sich eine behördliche Vorgabe, die eine Einreichung eines Immunitätsnachweises und nicht allein die Mitteilung, ob ein Impfnachweis, ein genesenen Nachweis oder ein ärztliches Zeugnis mit Kontraindikation vorliegt, fördert und im Falle der Nichtvorlage desselben ein Zwangsgeld androht, im Ergebnis wegen eines Verstoßes gegen die vom Gesetzgeber geschützte Freiwilligkeit der Impfentscheidung voraussichtlich rechtswidrig ist. So, wie gesagt, das ist eine vorläufige Entscheidung, aber so, die ist gut begründet. Ich gehe mal davon aus, das wird auch in der Hauptsache so sein, so dass das Zwangsgeld ins Leere geht und das schlägt natürlich jetzt auch wieder meiner Ansicht nach durch auf das Bußgeld, denn es ist ja die gleiche Argumentation. Wenn ich also einen Impfnachweis nicht mit Zwangsgeld herbei, Anführungszeichen, Hexen, Anführungszeichen kann, dann kann ich auch kein Bußgeld für die Nichtvorlage verhängen, weil ich habe halt keinen, wenn ich keinen entsprechenden Immunitätsnachweis habe. Also von daher wird diese Entscheidung mit Sicherheit noch für Furore sorgen und wenn die Hauptsacheentscheidung auch so ausgeht, wovon ich jetzt ausgehe, dann ist es schon mal ein erheblicher Schritt für all diejenigen in Gesundheitseinrichtungen, die eben keinen Nachweis haben. Jetzt wieder gehen wir auf die Fragen ein, deswegen auch hier wieder die vielen Zettel. Also eine Frage war, was ist denn, wenn nun ein Betretungsverbot verhängt wird, tatsächlich verhängt wird, mit dem Urlaub? Erdient man sich in der Zeit seinen Urlaub? Nein, das natürlich nicht. Also wenn es tatsächlich zum Ertätigkeits- und Schrägstrich- oder Betretungsverbot kommt, dann kann ich nicht arbeiten. Wenn ich nicht arbeiten kann, besteht natürlich auch keine Verpflichtung für den Arbeitgeber, Vergütung zu bezahlen. Und wenn man sich jetzt diese Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichtes zum Thema Null-Stunden-Kurzarbeit und Kürzung des Urlaubsanspruchs dadurch anschaut, dann kann man das eins zu eins letztendlich auf die Situation übertragen, dass ich eben ab einem bestimmten Zeitpunkt X nicht mehr arbeiten darf. Das ist ja wie Null-Stunden-Kurzarbeit und dann führt es zu einer Kürzung des Urlaubsanspruchs. Dann war noch eine Frage, na, wenn man bis August gearbeitet hat, dann hat man ja den vollen Urlaubsanspruch. Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich habe ich natürlich, wenn ich die Wartezeit von sechs Monaten erfüllt habe, immer den vollen Urlaubsanspruch. Aber wenn jetzt im August oder zweite Hälfte des Kalenderjahres, 15.07. wird das Betretungsverbot ausgesprochen, dann kürzt sich der Urlaubsanspruch natürlich entsprechend der schon soeben zitierten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes analog den Kurzarbeiterregelungen bei Null-Stunden-Kurzarbeit. Und dann kann ich natürlich nicht sagen, ja, eigentlich hätte ich ja. Das ist schon richtig, aber wie gesagt, diese Kürzung vollzieht sich ja sozusagen im Kraftgesetz. Also von daher, das wird dann mit dem Urlaub nicht funktionieren. Dann war eine Frage, was ist denn, wenn ich jetzt arbeitsunfähig werde und dann kommt während meiner Arbeitsunfähigkeit eben dieses Betretungsverbot. Wenn dieses Betretungsverbot während den ersten sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit kommt, dann erlischt ab dem Zeitpunkt, ab dem der Arbeitgeber dieses Betretungsverbot auch zugestellt bekommt, seine Verpflichtung zur Bezahlung von Entgeltfortzahlung. Denn, hatten wir auch schon mal, es gilt ja das Prinzip der sogenannten Monokausalität. Schweres Wort, heißt im Klartext, die Arbeitsunfähigkeit muss die alleinige Ursache sein, warum ich nicht arbeite. Also ich habe einen regelwidrigen körperlichen und Schrägstrich oder geistigen Zustand, der behandlungsbedürftig ist und der ist verhindert, dass ich arbeiten kann. Das muss die alleinige Ursache sein. Wenn jetzt aber dieses Betretungsverbot hinzukommt, dann könnte ich ja auch nicht arbeiten, selbst wenn ich gesund wäre. Damit habe ich nicht mehr die Krankheit als monokausale Ursache und dann entfällt der Anspruch auf Entgeltfortzahlung gegen den Arbeitgeber. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, könnte die Krankenkasse sagen, ja, dann muss ich aber auch kein Krankengeld mehr bezahlen. Das ist noch überhaupt nicht diskutiert. Man könnte natürlich schon zu dem Argument kommen, Krankengeld ist eine sogenannte Lohnersatzleistung. Ich bekomme das Krankengeld, weil ich nicht in der Lage bin, aufgrund meiner Erkrankung zu arbeiten. Dadurch habe ich einen Lohnausfall und weil ich einen Lohnausfall habe, bekomme ich dieses Krankengeld. Wenn ich jetzt nicht arbeiten kann, auch wenn ich gesund wäre, weil ich ja das Betretungsverbot habe, könnte man natürlich schon zu dem Ergebnis kommen, ja gut, aber dann muss die Krankenkasse auch kein Krankengeld mehr bezahlen. Aber wie gesagt, da ist noch überhaupt nichts in der Literatur und es kann ja zurzeit nur in der sozialrechtlichen Literatur diskutiert werden, habe ich nur nichts gelesen und ich verfolge das nun schon regelmäßig. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die Krankenkassen, keine Ahnung, in diesen verschwindend geringen Fällen unbedingt ein Fass aufmachen wollen. Also deswegen denke ich eher, das ist nicht so das Problem. Dann machen wir die nächste Frage. Wenn eine Aufforderung kommt, diesen Nachweis, also medizinische Kontraindikationen, genesenen Nachweisen usw. vorlegen, kann man da mit Widerspruch reagieren. Das kann man nicht konkret so sagen. Es kommt darauf an, wie dieses Schreiben tituliert wird und wie dieses Schreiben ausgestaltet ist. Die meisten Gesundheitsämter, die ich jetzt so in der Mache habe, die arbeiten mit einem ganz normalen Schreiben und sagen, hier gesetzliche Verpflichtung, wir fordern dich auf, leg es vor. Es gibt aber durchaus auch Gesundheitsämter, die machen das als Verwaltungsakt. Da steht dann auch hinten drin, gegen diese Entscheidung, ist das Rechtsmittel des Widerspruchs oder Klage möglich usw. Wenn natürlich die Gesundheitsämter mit Verwaltungsakt arbeiten, dann auf alle Fälle Rechtsmittel einlegen. Denn, jetzt bin ich wieder hier bei dem Verwaltungsgericht Hannover, dann kann ich nämlich auch eine Antrag stellen auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung, falls sofort Vollzug angeordnet worden ist. Und wenn kein sofort Vollzug angeordnet worden ist für diesen, ich nenne ihn jetzt mal Vorlageverwaltungsakt, dann hat ja das Rechtsmittel sowieso aufschiebende Wirkung. Und solange etwas aufschiebende Wirkung hat, muss ich ja nichts vorlegen. So, ich muss halt irgendwann mal begründen, aber das kann ich rausziehen und rausziehen ein Stück weit. Also von daher, wenn über Verwaltungsakt entschieden wird, definitiv Rechtsmittel einlegen. Gut, dann was haben wir noch? Ja, da ist eine Frage. Bin im Ausland, bin nicht geimpft, lass mich nicht testen, trage keine Maske, muss nach Deutschland. Wer kann mir sagen, wie stelle ich das an? Wenn ich ganz ehrlich bin, relativ einfach, ich steige ins Auto, ich steige im Zug, ich steige ins Schiff oder ins Flugzeug und dann bewege ich mich einfach nach Deutschland. Als deutscher Staatsbürger habe ich Zugangsrecht. Ich kann also jederzeit in die Bundesrepublik Deutschland einreisen, zumal ja sowieso die Einreiseregelungen deutlich verändert worden sind. Dann hier noch mal eine Frage. Es gibt im Infektionsschutzgesetz keine Regelung, dass das Anhörungsschreiben digital gemacht werden muss. Gilt dies auch für die allererste Meldung ans Gesundheitsamt? Nein, für die allererste Meldung ans Gesundheitsamt, da ist dieses elektronische Meldeportal zu benutzen. Aber man macht sich jetzt auch, das ist nämlich die nächste Frage, nicht strafbar, wenn ich jetzt nicht das digitale Meldeportal benutze, sondern wenn ich es mit der guten alten gelben Post letztendlich schicke. Weil grundsätzlich gilt der Amtsermittlungsgrundsatz, die haben also zu reagieren. Dann die nächste Frage. Auch wieder Beschäftigungsverbot. Also es hat jetzt jemand noch 30 Tage Urlaub, kommt jetzt ins Beschäftigungsverbot bis zum 31.12. und fragt jetzt, verfällt jetzt mein Urlaubsanspruch? Urlaubsanspruch. Klare Antwort, nein. Der Europäische Gerichtshof und dem sich anschließend, das Bundesarbeitsgericht, haben ja sowieso entschieden, dass Urlaubsansprüche, Klammer auf, lange Krankheit mal ausgenommen, Klammer zu, nicht mehr per se verfallen. Urlaubsansprüche aus vorangegangenen Kalenderjahren können nur noch verfallen, wenn der Arbeitgeber darauf hingewiesen hat. Der Arbeitgeber muss klar und eindeutig erklären, liebe Arbeitnehmer, liebe Arbeitnehmerin, du hast ja noch, ist ja völlig egal, 30 Tage, 40 Tage, 50 Tage alten Urlaub. Ich fordere dich jetzt auf, diesen Urlaub bis zum 31.12. zu nehmen und wenn du das nicht tust, dann weise ich dich darauf hin, dass der Urlaub verfällt. Wenn der Arbeitgeber so oder so ähnlich die Mitteilung nicht macht, wenn der Arbeitgeber nur pauschal so verweist, ja, sie haben noch Urlaub, den sollten sie mal nehmen, irgend so was in der Art oder vielleicht gar nicht reagiert, verfällt ja alter Urlaubnehmer. Also es ist mittlerweile sogar beim Europäischen Gerichtshof die Frage anhängig, ob Urlaubsansprüche überhaupt verjähren können. Und die Stellungnahme des Generalanwalts sieht eigentlich so aus, dass Urlaubsansprüche gar nicht verjähren. Das heißt, man könnte theoretisch mal gucken, ob man von vor 10 Jahren noch irgendwie Urlaubsansprüche hat, wenn das Europäische Gerichtshof so entscheidet. Und dann kann ich noch 10 Jahre alte Urlaubsansprüche geltend machen. So, was haben wir da noch? Dann sind wir eigentlich, achso, nein, es ist nochmal eine Frage gekommen, die immer wieder auftaucht. Ich habe keinen Immunitätsnachweis, aber man hat einen Antikörperstatus. Ob das nicht auch schon genügt? Rechtlich betrachtet, nein, es genügt nicht. Antikörperstatus ist gut und schön, aber wenn man sich das Infektionsschutzgesetz anschaut, hat das keine Auswirkungen, hat das keine Relevanz. Ich würde es aber in der Argumentation trotzdem bringen, weil natürlich kann ich damit sagen, wenn ich einen relativ hohen Antikörperstatus noch habe, dass ich ja wohl einen hohen Infektionsschutz habe. Und bei der Einzelfallentscheidung muss sich das Gesundheitsamt auch mit diesem Argument auseinandersetzen. Weil wenn jemand geimpft ist und hat irgendwie einen Status 250 und jemand ist genesen, hat auch einen Status 250, ja, dann hat er den gleichen Status, wenn er geimpft ist. Und dazu muss ich das Gesundheitsamt in der Einzelfallentscheidung verhalten. Und dann sage ich, viel Spaß, Gesundheitsamt, weil dazu gibt es halt keine vernünftigen wissenschaftlichen Daten. Aber man muss trotzdem irgendetwas draus machen. So, genau. Damit sind wir auch schon mit diesem kurzen, schnellen Update zu Ende. Wenn es wieder irgendwelche Fragen gibt, einfach unten Telekommunikationsdaten einblenden und dann einfach mitteilen, um was es geht. Wir werden dann natürlich wieder die Fragen beantworten. Ich bitte aber um Verständnis, dass wir, weil wir relativ viele Fragen schon beantwortet haben und die Fragen sich zum Teil wiederholen, dann auch wieder sammeln werden. Das kann dann durchaus sein, dass es zwei Wochen dauert, bis wir dann nochmal auf die Fragen eingehen. Wenn es wieder Urteile gibt, vielleicht auch nicht nur im vorläufigen Rechtsschutz, werden wir die natürlich zügiger bringen. Und ansonsten sage ich einfach vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen was gebracht und wir hören uns bald wieder. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.